Die Barriere fällt, der Held ist geschwächt, doch durch Magie kehrt er zurück, auf der Suche nach dem Auge eines Gottes, gefunden in den nördlichen Wäldern. Seine Kraft kehrt zurück, auf den Weg zurück ins finster Miental, gegen Drachen, der kämpft, sie alle bezwingt, ein königliches Schiff gab er, der zu einer Insel fährt er, die nicht gefunden werden kann, dort kämpft er gegen das Böse, den Anführer der Finsternis besiegt es der, das Leid hat ein Ende, zurück zum Schiff, die Segel gesetzt, auch nach Nürtana.